Hallo zusammen. Letztes Jahr im April habe ich euch den Campingplatz Lido Mappo in Tenero vorgestellt. In diesem Video möchte ich euch etwas ganz Besonderes zeigen auf diesem Campingplatz. Ich habe mich ganz vorne direkt am See hingestellt. Schaut einmal die wunderschöne Aussicht. Bei wunderbaren 31 Grad hat man schon das Gefühl, irgendwo am Meer zu sein. Der Lago Maggiore ist überfüllt mit Schwemmholz vom unglaublichen Unwetter im Isox von vergangener Woche. Das gibt dir viel Zusatzaufwand für die Mitarbeitenden von Lido Mappo. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Ihr kennt ja das wunderschöne Sanitärgebäude aus meinem letzten Video. Aber im ersten Stock hat es noch ganz schöne Badezimmer. Schaut einmal wie schön. Diese können dazu gebucht werden und geben dem Campingaufenthalt im Lido Mappo das Besondere. Apero und Nachtessen im schönen Restaurant im Lido Mappo darf natürlich auch nicht fehlen. Seit 1957 führt die Familie Petrazzini diesen wunderschönen Fünf-Sterne-Campingplatz in Dennero. Gönn dir doch eine Auszeit und überzeug dich selbst von diesem wunderschönen Campingplatz. Tschau zusammen. Gönn dir doch mal wie schön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020